40 Jahre wird der Leinwand-Klassiker Alien nächstes Jahr alt. Maßstäbe im Filmtrick hat er gesetzt. Seit Bilder laufen lernten, haben Filmemacher versucht, das zu zeigen, was es gar nicht gibt. Visual Effects oder kurz VFX, damit beschäftigt sich jetzt eine Sonderausstellung im Filmmuseum Düsseldorf. Von ersten Ideen der Tricktechnik bis hin zu modernsten Methoden und virtueller Realität. Es gibt viele Dinge zu erleben, interaktive Stationen, Rückprojektion in einem britischen Triumph Cabrio. Oder den Greenscreen selbst ausprobieren. Das alles könnt ihr auf USB-Stick abspeichern und auf jeden Fall Kamera und Smartphone nicht vergessen. Noch bis Mitte 2019 zeigt das Museum im Jubiläumsjahr des 25-jährigen Bestehens diese erlebnisreiche Ausstellung. Fantastische Welten, perfekte Illusionen. Trägt nicht nur Kinofans zurück in die oft so persönlichen Erinnerungen an effektvolle Leinwand-Meisterwerke. Alt und Jung können hier verstehen lernen, wie viel Trick vor 120 Jahren schon möglich war und wie wenig Realität heute in so manchem Film eigentlich noch steckt. Eintritt ab 2,50 Euro.